Herr Professor Yildiz, ich freue mich sehr, dass Sie sich für ein Interview zur Verfügung stellen. Darf ich Sie vielleicht als erstes bitten, dass Sie kurz Ihren Arbeitsbereich skizzieren? Also ich bin seit fünfeinhalb Jahren in Klagenfurt an der Universität im Bereich, ich habe einen Professor für interkulturelle Bildung und davor war ich in Köln gewesen. Auch da habe ich mich mit diesen Fragen der Interkulturalität, Diversität in der Schule befasst. Und ja, auch hier ist eben das Hauptthema in Österreich auch in Klagenfurt und ja alles, was mit dem Thema Migration, Vielfalt, Diversität zu tun hat, auch Migrationsfamilien, Migrationsjugendliche, das sind unterschiedliche Aspekte, mit denen ich mich auch in Kärnten oder in Österreich so bis jetzt oder in den letzten fünf Jahren beschäftigt habe. In Ihrem Arbeitsfeld, mit dem wir uns auch beschäftigen, gibt es jetzt eine Reihe von Begriffen, die unterschiedlich verwendet werden oder die unterschiedlich in sind, sage ich jetzt mal. Also es gab lange Zeit eben die Begrifflichkeit interkulturelle Bildung, interkulturelle Pädagogik, dann kam auch der Begriff transkulturelle Bildung, Transkulturalität oder jetzt auch Migrationspädagogik. Können Sie vielleicht etwas dazu sagen, wie Sie diese Begriffe verwenden oder verstehen? Ja, ich meine, das kann man ja nur historisch verstehen, also man hat ja mit der Ausländerpädagogik begonnen, die ja sehr so problemzentriert oder defizitorientiert war und später hat man eben eine andere Richtung eingeschlagen, in der man gesagt hat, es geht nicht um Defizite, sondern um Differenzen und deswegen die interkulturelle Bildung, das heißt im Mittelpunkt der interkulturellen Bildung, stand oder steht immer noch die Differenzen und die interkulturelle Bildung bezieht sich nicht auf die Migranten, so genannt, sondern auf die gesamte Gesellschaft, das war die Idee gewesen, wobei das natürlich, wenn man anguckt, in den letzten 20 Jahren, irgendwie stand doch im Mittelpunkt die Migranten, also nicht die gesamte Gesellschaft, habe ich den Eindruck und wobei auch interkulturell sehr unterschiedlich diskutiert wird, da gibt es auch wieder Konzepte, die eben wegkommen von diesen Migranten, sondern auch sagen, interkulturell betrifft alle Menschen, die in der Gesellschaft leben und dann jetzt gibt es in den letzten Jahren den Begriff, den Sie auch kurz erwähnt haben, transkulturelle Bildung, transkulturelle Pädagogik und ja, das ist im Grunde genommen, also das ist auch wieder so ein Versuch, wenn man so will, ähnlich wie von der Ausländer Pädagogik, interkulturell Versuch, ein neues Konzept zu entwickeln, in dem man sagt eben, transkulturell betrifft alle, aber das wollte interkulturell ja auch, ja, das ist, wobei da eben auch die Überlappungen und so weiter oder Überschneidungen von Differenzen eben in den Mittelpunkt gerückt wird und auch die Debatte, die in den letzten Jahren geführt wird zum Thema globales Lernen, globale Entwicklungen, dass wir heute eben vor Ort leben, aber viele Elemente, die wir im alltäglichen Leben nutzen, die sind eben nicht mehr lokal, ja, das heißt durch neue Technologien und Internet und so weiter, deswegen sind wir alle ähnliche transkulturell geworden, das ist die Idee, die man hat, wobei man wieder jetzt, wenn man die Konzepte anguckt, transkulturelle Bildung, gibt es einige Bücher, die wieder doch wieder die Migranten meinen. Ja, das ist schon ganz komisch, ja, dass halt die Begriffe ändern sich, aber Inhalte irgendwie bleiben doch. Okay, mir ist dazu noch eingefallen, also ich habe bei Janet Bennett also diesen Begriff des Constructive Marginal gelesen, wo ich für mich so das Gefühl hatte, das beschreibt jetzt jemanden, der eben nicht unbedingt Migrationserfahrung hat, aber eben aus verschiedenen anderen, sage ich mal, Minderheitenkontexten unter Umständen kommt, aber das zu einem sehr positiv besetzten Neuen verbinden kann und hätte für mich transkulturell, also dort auch als passenden Begriff gefunden, weil eben sich viele Personen einfach nicht mehr einer Kultur zuordnen lassen und wie wie Sie auch vorher gesagt haben, ja alle einer Vielfalt von Einflüssen ausgesetzt sind, ja. Und man kann ja das oft gar nicht mehr zuordnen, was kommt woher. Ja, das ist, ich meine, das Problem ist natürlich auf der einen Seite, es gibt eine theoretische Diskussion, die von der vor allem Wissenschaft vorangetrieben wird, in der eben immer wieder neue Begriffe erfunden werden und ein anderer Begriff, der natürlich in den letzten Jahren sich etabliert hat, ist der Hintergrund, also Migrationshintergrund, ja. Wobei das, der Begriff ist, ist schon eine wissenschaftliche Erfindung und wenn man anguckt, wie dieser Begriff definiert wird, ist auch nicht uninteressant, aber das ist natürlich in der Umgangssprache würde niemand sagen, das ist mein Freund, der hat einen Migrationshintergrund, ja, sondern die Leute haben einen Namen, ja, also das heißt, vielleicht auch unbewusst erzeugt man halt wieder eine neue Differenz, die man vielleicht doch nicht will und überall jetzt ist halt, ist man nicht mehr korrekt, wenn man nicht mehr sagt Migrationsgeschichte oder Migrationshintergrund und das ist ja klar, deswegen müsste man vielleicht dann, das ist ja meine Idee, sehr radikal anderes umdenken und sagen, dass wir alle von Diversität leben, das ist ja auch das Motto, das ich vertrete, wir leben mit Vielfalt in jeder Hinsicht und wir leben gut damit, ja, ein Leben ohne Vielfalt ist überhaupt nicht denkbar, nur das wird nie so richtig zur Kenntnis genommen, weil das irgendwie ganz normal geworden ist, wenn man tut irgendwas und, aber wenn man darüber nachdenkt, dann hat man wieder, räumt man wieder auf, dieser Nachdenken, Reflektieren hat eine gewisse Aufräumfunktion und obwohl das einmal Diversität auch biografisch, ja, dann, glaube ich, wenn man selbst an eine eigene Biografie nachdenkt, dann findet man viele, viele Elemente, die mit Vielfalt zu tun haben und, aber das wird nicht so reflektiert, was das normal wahrgenommen wird dann, ja, das heißt, also für uns, also, ich kann jetzt ein anderes Beispiel machen, wenn man die Literatur anguckt, ja, dann finden sie immer, immer so eine gewisse Unterscheidung zwischen Migration und Mobilität, ja, obwohl eigentlich, das ist tautologisch, ja, Migration heißt doch Mobilität, die hat ja mit Bewegung zu tun, also auch per Definition hat ja mit Bewegung zu tun, aber trotzdem wird das eben, die Wahrnehmung ist immer, Mobilität ist was Positives und innerhalb der EU ist das auch gefördert, gibt es ja viele Mobilitätsprogramme, Erasmus und so weiter, das ist auch gut, wenn man das tut, und, aber die Migranten sind doch mobil, könnte man sagen, aber das wird nicht als Mobilität wahrgenommen, also, das heißt, es gibt natürlich immer eine gewisse, so, Hierarchie der Mobilität, ne, also, auch hier, äh, sieht man eben, dass, äh, dass immer so mit unterschiedlichen Massenstäben gemessen wird, ja, das ist eben Mobil und wie ist Migrant, ja. Glauben Sie, dass da irgendwie so auch vielleicht wirklich der Begriff Armut dahinter steckt, dass die Leute davor Angst haben? Mhm. Also, das fällt mir oft auf, also wenn es um Migration geht, dass man sofort Armutsmigration quasi im Kopf hat. Ja, ja, ich meine, das hat natürlich, vielleicht ist das auch zum Teil historisch bedingt, äh, weil, äh, man, äh, wenn man an Migranten denkt, denkt man immer natürlich an bestimmte Migranten, das heißt Arbeitsmigranten, das heißt die, wobei auch die Arbeitsmigranten, äh, äh, es gibt auch Arbeitsmigranten, äh, äh, es gibt auch Arbeitsmigranten, die als hochqualifiziert sind, um die geht es wieder nicht, ja. Ja, und auch die, 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 äh, diese rechtskonservativen und, äh, politischen Parteien, die sagen auch nicht, wir sind gegen, sondern sie sagen, wir sind gegen bestimmte Migranten, aber sie sind nicht gegen, äh, Menschen, die hochqualifiziert sind, nach der Stadt, um die arbeiten. Also, insofern meint man nur eine bestimmte, äh, Gruppe, äh, aber wird das schnell generalisiert natürlich, ne. Das Bild ist immer Migrant, äh, dann ist er wirklich nicht mehr so differenziert, dann, ne. Und, äh, dann heißt das eben, wenn, äh, äh, wenn, äh, das, äh, Das war sehr interessant, in Düsseldorf gibt es so ein Japaner-Viertel, nennt man das, da wollen noch Japaner, aber niemand sagt, das sei ein Parallel, das ist ja komischerweise, ja, aber wo andere, wo eben andere Migrantengruppen leben, das ist parallel, ja. Und da auch, da merkt man auch eben, dass man nur bestimmte Migranten meint und die anderen werden einfach sonst als Eigen, umfasst, definiert, ja. Würden Sie sagen, das sind auch rassistische Wahrnehmungsmuster? Ja, das hat schon mit Rassismus zu tun, natürlich, klar. Das wird natürlich nicht so kommuniziert, indem man sagt, ja, man darf doch das sagen dürfen, ja, also das ist immer das Argument, was oft vorkommt, aber diese Hierarchisierung ist ja schon zum Teil auch institutionalisiert, ja, das heißt, diese Bilder, wer ist fremd, wer ist nicht fremd, wer hat eine Staatsbürgerschaft, wer hat das keine, und auch wer hat welche Rechte, das merken Sie eben, dass Leute, die, was weiß ich, innerhalb der EU jetzt, also nicht jetzt Bulgarien, Rumänien, die jetzt in den letzten Jahren diskutiert wird, aber von anderen, die kommen und nach sechs Monaten können sie dann zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen und mitwählen. Es gibt welche, die in der zweiten Generation leben, die hier aufgewachsen sind, die das aber nicht tun dürfen, ja, und das ist schon rassistisch, weil man Rechte doch an Herkunft verbunden wird, und insofern hat Rassismus natürlich schon mit Institutionen zu tun, und weil Institutionen diese Hierarchie dann auch irgendwie weiter reproduzieren. Vielleicht legen wir jetzt den Fokus darauf, Sie beschäftigen sich auch mit der interkulturellen Öffnung von Institutionen, was brauchen aus Ihrer Sicht Institutionen, damit das gelingt? Ja, ich meine, das ist nicht so einfach, das ist auch ähnlich wie der Begriff Migrationshintergrund, ja, weil man irgendwann mal angefangen hat zu sagen, also zu überlegen, dass die Institutionen schon auf bestimmte Entwicklungen, hier in Bezug auf Migration und so weiter, also Neues zu formieren, wenn man so will, aber man kann ja unabhängig davon, ich meine, die Öffnung, das geht, der Gedanke finde ich sehr interessant, ja, weil die Institutionen müssen sich ja immer öffnen, ja, das ist ja klar, unabhängig von Migranten, weil die Welt sich eben ändert und die Schule, Schule ist eine Selbstbildung, ja, sondern die Bildung hat schon mit der Gesellschaft oder mit der Welt, in der wir leben, zu tun, insofern, wenn das, was außerhalb der Schule passiert, reflektiert und einbezogen wird in die Gestaltung von Bildung, das hat mit Migration überhaupt nichts zu tun. Man kann natürlich sagen, dass das Thema jetzt Migration in den letzten 50 Jahren schon ein Hauptthema geworden ist und das muss eben, die Schulen haben das ein bisschen ignoriert oder auch nicht zur Kenntnis genommen oder auch marginalisiert, je nachdem, wie man das sieht und jetzt beginnt eben das zu reflektieren, ist das ja nicht verkehrt, nur man darf das nicht nur in Bezug auf Migranten diskutieren. Wissen Sie, das ist ähnlich genauso, das ist ja nicht nur die Pädagogische Hochschulen, Schulen und auch Universitäten, da auch nichts anderes, wenn man merkt, dass wir in der Welt leben, in der diese neue Technologie in eine höchste Rolle spielen, ja, also heutzutage haben die Kinder vielleicht andere Kompetenzen, ja, das ist halt so, ja, man kann es ignorieren, das ist eben, und die Frage ist, wie kann man darauf reagieren? Gut, kann man sagen, man braucht jetzt Medienpädagogik als Fach oder so, ne, das wäre eine Reaktion darauf, um das nochmal aufzugreifen und heißt aber nicht, dass man das abbildet, aber man kann das auch ignorieren, sondern die Frage ist, wie kann man das eben einbeziehen in die Gestaltung von Bildung und welchen Stellenwert hat eben eben diese neue Entwicklung dann, ne, und das ist ähnlich, eben Mobil sein, Mobilität, Migration, ja auch ähnlich, ne, das heißt, das gehört einfach dazu, das wird auch in Zukunft die Gesellschaften eben irgendwie prägen und die Frage ist, wie reagiert man darauf und welche Konsequenzen sieht man? Und insofern ist die Debatte ja nicht verkehrt, aber man darf dann halt das nicht direkt wieder reduzieren und als so ein Sondenthema diskutieren, sondern man muss das irgendwie einbinden in eine Gesamtdiskussion und deswegen sage ich eben, was das Thema Diversität betrifft, das braucht man wirklich ein gesamt integratives Konzept, wo eben unterschiedliche Entwicklungsbausteine entweder zusammengefügt werden. Okay, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Danke schön.